Wir sind in der Weltnis gefangen. Hast du eine Idee, kleiner Bruder? Sie beobachten den Notausgang und von dem Notausgang gibt es keinen Ausgang zur Not. Aber einen Moment mal, der Haupteingang ist kein Notausgang, außer dann gehen die Leute hier nur wegen Bedürfnissen und nicht zur Not rein. Aber ein Notausgang muss in einer öffentlichen Einrichtung existieren, also gibt es einen Notausgang. Ich bin ein Genie. Schrei mich nicht so an! Was ist deine Absicht? Oh ja, wir sind Piraten und wir müssen unser Revier ver... Uh... Yippie-Ki-Yipp, motherfucker! Whoa, whoa, whoa! Langsam! Skashi, Mann, bin ich froh, dich hier zu sehen! Ich bin auch froh, dich zu sehen! Ich bin auch froh, dich zu sehen! Noo... Oh ja! Schrei! Hier ist die ghost- Sp tourists... Untertitelung. BR 2018 Verdammt, sie sind einfach viel zu stark! Verdammt, sie sind einfach viel zu stark! Man muss halt nur improvisieren und diese Bieste mit seinen eigenen Waffen schlagen! Lern das, Soldat! Und gemeinsam werden uns alle Türen freikämpfen! Wir werden bestimmt alle den Haupteingang bewachen! Wahrscheinlich! Deswegen werden wir auch den Notausgang auf dem Dach benutzen! Allerdings ist er verriegelt! Ich weiß aber, wo sich der Schlüssel befindet! Darum machen wir diesen Leuten den Willen! Halt mal kurz die Fresse! Ich sag's dir noch einmal! Die beiden, die wir suchen, sind keine von uns! Und nein! Es ist nicht rassistisch, dass wir sie hinrichten wollen! Nur weil sie nicht wie wir sind! Du sagst mir dann einfach Bescheid! Ich bin ein Roboter! Ich bin ein Roboter! Ich bin ein Roboter! Alles klar! Habt ihr die beiden Eindringlinge gesehen? Ähm, ja! Ich meine, ich hätte sie in einer Nähe der Cafeteria gesehen! Hä? Ich dachte, die Eindringlinge wählen wir? Ihr beide seid es also! Glaubt ihr wirklich, dass ihr eine Chance gegen uns habt? Käpt'n Papa wird sich das Öl aus dem Getriebe freuen, wenn wir euch ihm vorlegen! Äh, ich hätte da noch eben eine Frage! Was? Haben die sieben Seemänner was mit den sieben Weltmeeren zu tun? Wow! War eine super Idee, ihr System zu überfordern! Hä? Und voilà, da ist die Hausmeisterei! Na los, hol den Schlüssel! Komisch! Diese Tür sollte doch abgeschlossen sein! Hey, lass mich hier raus! Was wird das hier? Oh nein, wie niedlich! Unsere beiden Nebenhelden fallen auf den alten falscher Hausmeister Schildtrick rein! Warum sollten wir dich rauslassen? Das wäre doch unfair gegenüber Lucy! Sie hatte schon lange keine zu spielen! Hallo? Ist gerade ein Neuer zu unserer Tee-Party gekommen? Ich bin Lucy! Wir werden bestimmt ganz gute Freunde werden! Lass uns ein wenig Spaß haben! Aaaaaah! 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 Vielen Dank.